Hey Leute, heute ist mein Paket von Black River angekommen. Ich habe mir Bolli Reels bestellt und ja, ich packe das jetzt mal aus. Boah, scheiße, ist das gut verpackt. So, also, hier haben wir erstmal wie immer jede Menge Papier, dann, ja, also einmal, hier dieses Black River Prospekt, das neue, hier, wie immer, so, dann haben wir hier die Rechnung, so, okay, alles, dann haben wir jetzt hier einmal so einen Sticker von Ripzone, hier, das sieht so aus, habe ich auch noch nie gehabt. Dann, wie immer, ein Black River Sticker, ein Burn & Wood Sticker, ein Winkler Wheel Sticker und ja, diese Riptape Sticker sozusagen. So, und jetzt kommen wir mal zu den Bolli Reels. Ich habe die in Black bestellt. Die sehen so aus. Also, ich finde, die sehen saugeil aus. Mal gucken, ob ich die rauskriege. Ja. Okay, also, die sehen so aus. Saugeil. Ich finde die Schwarzen besser als die Weißen, weil die Weißen sind irgendwie so langweilig. Weißen sind überall dabei. Ja, also, wie gesagt, einmal, ich habe mir die Bolli Reels bestellt, dann war die Rechnung dabei, das Prospekt, ein Burn & Wood Sticker, ein Winkler Wheel Sticker, ein Black River Sticker und ein Ripzone Sticker. Ah ja, und dann noch diese Riptape Sticker. Ja, okay, dann bis zum nächsten Mal. Abonniert mich, abonniert meine ganzen Team Rider von M&R Tape und ja, also dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.